Willkommen bei CSR Automotive und was das Video mit der Nintendo Switch zu tun hat und mit einem aktuellen BMW Modell, hier der X5 in dem Fall, gleich nach dem Intro. So, Nintendo Switch und BMW, das passt nämlich eigentlich überhaupt nicht zusammen, also haben wir festgestellt und zwar mit dem System Travel Comfort. Und deswegen haben wir da einen wunderbaren Adapter gebaut und jetzt gerade, wo die Urlaubszeit losgeht und die Familienväter bzw. auch natürlich die Familienmütter, die wissen ganz genau, wie das ist, wenn die Jungs da ihre Dattelkiste nicht am Start haben. Und deswegen haben wir uns nämlich was richtig Geiles überlegt und zwar hier haben wir den wunderbaren Adapter. Das Ding hier kann man bei BMW kaufen. Ich weiß, es ist schweineteuer, aber es ist unterm Strich schon ganz cool. Und dann gibt es dafür Adapter für iPads und glaubt noch irgendwelchen Samsung-Geräten und so. Aber das Allerwichtigste, die Nintendo, gibt es einfach nicht. Also man kann es so nicht reinmachen, man kann es so nicht reinmachen, das macht ja auch eigentlich keinen Sinn, weil die Jungs wollen ja spielen. Also das heißt, man muss das jetzt hier wegmachen und dann muss man das hier irgendwie reinfummeln und man sieht schon, das haut ums Verrecken leider nicht hin. Seht ihr das? Das passt da einfach nicht rein. So und dann quietscht das hier so rein und ist das so halbherzig hier drinnen. Dann ist das hier so halbherzig drinnen und jetzt lass einen Unfall, eine harte Bremsung und das Ding fliegt dir raus und knallt dann irgendjemanden ins Gesicht rein. Also das ist ja dann echt eine Waffe mit, keine Ahnung, was hat denn das, anderthalb Kilo oder so. Also war ich sehr unzufrieden mit dem Thema und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einen Adapter. Und das ist der Adapter hier bei uns aus dem 3D-Drucker. Wenn ich gucke mal, damit jeder weiß, was das auch bedeutet. Ich will dir nicht wundern, dass man hier so Barillen sieht. Das ist halt 3D-gedruckt, aber dafür habt ihr dann einen coolen Adapter und das Ganze aus einem TPU-Material. Also das ist das, was man auch in den Turnschuhen und so drin hat. Also hochelastisch. So und jetzt versuchen wir, das mal hier reinzufummeln. So und dadurch, dass das elastisch ist, können wir das auch so ein bisschen hier so reinbiegen. Aber ihr seht, super, ne? Klack, klack, drinnen und trotzdem Lautsprecher ausgespart. Wir haben den USB-C ausgespart für die Stromversorgung. SD-Karte bzw. Gamecard ist hier drinnen. An, lauter, leiser und ganz wichtig, die Lüftung natürlich. Weil die Dinger, die laufen ja dann richtig heiß, wenn da stundenlang hier Fortnite gezockt wird. Und ja, genau. All das hat man hier in dem Adapter integriert. So, und jetzt probieren wir das mal auf. Einmal hier. Und jetzt sieht man schon. Schau mal her, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Ne? Guck mal, das packt das so richtig geil an. Und dann drücke ich das noch fest. So, und dann ist das richtig fest, fest, fest. Und das braucht es, wie gesagt, wenn es zum Unfall oder einer harten Bremsung kommt. Und dann kann derjenige, beziehungsweise in dem Fall werden es die Kits sein, hier, das Ding immer anschmeißen. In dem Fall im Übrigen wirklich Fortnite drauf. So, und wenn der Saft dann losig wird, hier gibt es in dem Sitz so einen schönen Adapter und dann hier unten spannungsversorgt. Alles ziemlich ergonomisch und dann auch ein bisschen verstellbar. Brandy, was sagst? Super, da muss man ja die ganze Zeit nach unten schauen beim Fahren. Richtig, und die können ja auch YouTube laufen lassen. Ihr könnt da nur irgendwelche Spiele, ich meine, ihr wisst ja selber, was die Nintendo alles kann. So, das Ganze gibt es dann bei uns im Shop, könnt ihr kaufen. Wie gesagt, passt alles für das Travel Comfort System von BMW. Das gibt es bekanntlich hier zum Einrasten an diesen Original-Schnittstellen. Das sind die ganz neuen Fahrzeugmodelle, haben das integriert. Grab 7er, BMW, 5er, X5 und so weiter. Also auch schon ein bisschen die Hochpreis-Ring-Fahrzeuge. Oder an diesem Kopfstützen-Adapter gibt es das auch. Aber ist alles auch völlig egal. Die Adaption von uns wäre dann eben dieses Case hier in Kombination mit der Nintendo, mit der Kombination des Original-Travel-Comfort. Und wenn dann irgendwann mal die Kinder keinen Bock mehr auf Nintendo haben, können sie mitfahren. Das zeige ich euch. Das ist wie ein Lenkrad, ne? Perfekt. Also, viel Spaß und ich hoffe eine gute Fahrt in den Urlaub und bis zum nächsten Mal. César. Das ist wie ein Lenkrad, das ist wie ein Lenkrad, das ist wichtig. Bis zum nächsten Mal.